Das Land Baden-Württemberg gehört zu einer der größten und beliebtesten deutschen Bundesländer und fällt im Gegensatz zum Freistaat Bayern selten mit Unabhängigkeitsbestrebungen auf. Laut einer repräsentativen Umfrage eines britischen Meinungsforschungsinstituts im Jahr 2017 wurden ca. 2000 deutsche Bürger befragt, ob ihr jeweiliges Bundesland unabhängig von Deutschland werden sollte. Während 32% der Menschen in Bayern eine Unabhängigkeit von Deutschland gar nicht so schlecht finden würden, waren in Baden-Württemberg nur 19% der Bürger dafür. Im Laufe der Zeit entwickelt sich in Baden-Württemberg eine immer größer werdende Unzufriedenheit mit der Politik in der Bundesrepublik. Ähnlich wie mit der Bayern-Partei in Bayern entsteht im Ländle die Bavü-Partei, die sich die baden-württembergische Unabhängigkeit von Deutschland zum Ziel gesetzt haben. Obwohl diese Partei noch ziemlich jung ist, wächst die Beliebtheit der Bavü-Partei ständig, sodass sie nach kurzer Zeit stärkste Kraft in Baden-Württemberg wird. Eines Tages besucht der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz, Baden-Württemberg, um einen Friseur in Stuttgart zu besuchen. Genäher vom schwäbischen Akzent vom Stuttgarter Friseur verließ Olaf Scholz den Laden und begab sich in Richtung seines Wagens. Bevor Scholz überhaupt die Wagentür aufmacht, kommt von hinten eine unbekannte Person, mutmaßlich ein Bavü-Partei-Mitglied und klebt dem Bundeskanzler ein Sticker auf seine frisch gemachte Glatze. Nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg, stand auf diesen Sticker. Abgefuckt von diesem Attentat auf seiner Glatze, war Olaf Scholz so sauer auf Baden-Württemberg, sodass er sie aus der Bundesrepublik verbannte. Das Bundesland Baden-Württemberg ist von nun an von Deutschland unabhängig. Für die, die sich jetzt fragen, WTF, wann ist das denn bitteschön passiert, kann ich beruhigen. Dieses eben beschriebene Szenario klingt zwar sehr realistisch, vor allem der Teil mit Olaf Scholz, aber sowas ist noch nie passiert. Baden-Württemberg wurde nicht verbannt und es ist weiterhin eines von 16 Bundesländern der Bundesrepublik. Zwar sind die Zahlen am Anfang des Videos wahr, aber eine Bavü-Partei, die für die Abspaltung Baden-Württembergs ist, gibt es nie und gab es auch noch nie. Das meiste, was ich vor ein paar Sekunden beschrieben habe, ist fiktiv und dient als Aufbau meines Gedankenexperiment-Formates Was wäre wenn? Ein Format, wo ich euch ein geografisches Szenario vorstelle und dieses Versuch in die Realität umzusetzen. Das könnten sowohl Länder sein, die nicht mehr existieren, Regionen und Provinzen, die gerne mal Länder wären, oder zwei oder mehrere Länder, die sich zu einem Megastaat fusionieren. Dabei konzentriere ich mich weniger auf die Geschichte und Politik, sondern eher auf die Auswirkungen auf den Sport und hauptsächlich auf den Fußball. Im heutigen Video, was wäre, wenn Baden-Württemberg ein eigenes Land wäre? Beginnen wir wie immer mit den wesentlichsten Fakten über das Land Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, amtlich Land Baden-Württemberg, ist ein Land im Südwesten von Deutschland. Gemäß seiner Verfassung hat es die Staatsform einer parlamentarischen Republik und ist ein teil-souveräner Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland. Das Land wurde 1952 durch Zusammenstoß der kurzlebigen Nachkriegsländer Württemberg-Baden, Südbaden und Württemberg-Hohenzollern gegründet und ist jetzt eines der größten und bekanntesten Bundesländer der Bundesrepublik. Das im Main-Szenario jetzt unabhängige Land wird weiterhin demokratisch bleiben und benennt sich in der Republik Baden-Württemberg um. Der neue deutschsprachige Staat wird von der Mehrheit der Vereinten Nationen anerkannt und hält sogar einen Sitz. Auch hat sich Baden-Württemberg für eine FIFA- und UEFA-Mitgliedschaft beworben und wurde angenommen. Die Stadt Stuttgart wird zur neuen Hauptstadt der Republik ernannt und Deutsch bleibt weiterhin offizielle Amtssprache im Land. Da Baden-Württemberg nicht mehr zu Deutschland gehört und demnach auch nicht mehr zur Europäischen Union, braucht das Land eine eigene Währung und einen eigenen Pass. Die Republik Baden-Württemberg hat eine Fläche von 35.751 Quadratkilometern und wäre in Europa auf Platz 32 und weltweit auf 165. Vergleichbare Länder wären von der Fläche der Taiwan und die Republik Moldau. Die Einwohnerzahl von Bavü liegt bei insgesamt 11 Millionen Menschen und liege in Europa auf Platz 14 und weltweit auf Platz 85. Vergleichbare Länder wären von der Bevölkerungszahl her der Südsudan und die Hellenische Republik. Der BIP von Baden-Württemberg liegt bei 53,6 Millionen Euro. Die größten und bekanntesten Städte in Baden-Württemberg wären neben der Hauptstadt Stuttgart Mannheim, Karlsruhe, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Ulm, Heilbronn, Pforzheim, Reutlingen, Esslinge-Mann-Neckar, Tübingen, Konstanz und Baden-Baden. Beenden wir jetzt die kleine Faktenrunde und konzentrieren wir uns jetzt auf den baden-württembergischen Fußball. Das Land Baden-Württemberg hat aufgrund fehlender Unabhängigkeit noch nie eine offizielle Nationalmannschaft und hat daher noch nie wirklich an Turnieren teilgenommen. Das einzige Mal, wo mal eine baden-württembergische Fußballauswahl teilgenommen hat, war beim UEFA Regions Cup, ein Wettbewerb für Regionalauswahlmannschaften im Amateurfußball. Dort nahm der Württembergische Fußballverband mehrmals teil und holte 2003 und 2015 Bronze. Auch gab es baden-württembergische Auswahlmannschaften im ehemaligen Kronprinzen, aka Bundespokal, wo Baden 5 und Württemberg 4 Trophäen einräumen konnten. Weitere internationale Aktivitäten von baden-württembergischen Fußballauswahlmannschaften gab es bis auf die eben genannten Ausnahmen keine anderen mehr. Deutlich erfolgreicher war das Bundesland im Vereinsfußball. Vor Gründung der ersten Fußball-Bundesliga zwischen 1902 bis 1962 stammen insgesamt fünf deutsche Meisterschaften aus dem Bundesland. Darunter waren der Freiburger FC, der FC Phoenix Karlsruhe, der Karlsruher FV, VfR Mannheim und zweimal der VfB Stuttgart. Nach Einführung der ersten Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 wurden nur ein Verein nochmal deutscher Meister und das war der VfB Stuttgart mit jeweils drei Meisterschaften in der Bundesliga. An der Bundesliga einmal teilgenommen haben insgesamt sieben Vereine aus Baden-Württemberg, wovon drei von sieben noch jetzt Erstklassik-Spiele. Den DFB-Pokal gewonnen haben nur zwei Vereine aus Baden-Württemberg, dreimal wie gewohnt der VfB Stuttgart und einmal der Karlsruher SC. Vereine wie der SC Freiburg, Waldhof Mannheim und die Stuttgarter Kickers haben es immerhin mal ins Pokalfinale geschafft. Deutsche Meister und deutsche Pokalsieger im Frauenfußball aus Baden-Württemberg gab es bisher noch keine. An internationalen Wettbewerben haben schon mehrere Vereine aus den Ländern teilgenommen, aber gewonnen wurde bis jetzt kein einziger. Außer wenn man den UEFA Intertoto Cup zählen lässt, denn dieser wurde zweimal vom VfB Stuttgart und einmal vom KSC gewonnen. Die Vereine aus Bavü, die so am häufigsten am Europapokal teilgenommen haben, waren der VfB Stuttgart mit 28, der SC Freiburg mit 5, KSC mit 4 und Hoffenheim mit drei Teilnahmen am Europapokal. Ballon d'Or Sieger oder Weltfußballer gab es aus Bavü bisher noch keine, was nicht bedeutet, dass man keine Legenden im Land hat. So die bekanntesten und besten Fußballspieler, die in Baden-Württemberg geboren sind, waren Mario Gomez, Sami Khedira, Karl-Heinz Förster, Günter Schäfer, Karl Allgöwer und Jürgen Kienzmann. Bei der Olympia hat Baden-Württemberg als Land noch nie teilgenommen, aber würde man die von baden-württembergischen Sportler und Sportlerinnen errungene Medaillen bei den Olympischen Sommer- und Winterspiele zwischen 1998 und 2008 zusammenrechnen, dann hätte Bavü 20x Gold, 38x Silber und 25x Bronze gewonnen. Die erfolgreichsten Sportkategorien waren dabei Skifahren, Fußball und Rudern. Kommen wir aber von der Vergangenheit ins Jetzt. Wir stellen uns die Frage, wie gut wäre eine baden-württembergische Fußballliga und wie sähe sie aus? Nach Marktwert ausgewählt, kommen von insgesamt 10 Startplätze, 3 Bundesligisten, 3 Zweitligisten, 1 Drittligist und 3 Viertligisten in die 1. baden-württembergische Liga. Da die Plätze in der Liga begrenzt sind, kommen Vereine wie der Balinger SC, Sonnenhof Groß Asbach, 1. CFR Pforzheim, die Stuttgarter Kickers und viele weitere nicht in die höchste baden-württembergische Spielklasse. Auch könnten die Reserve-Mannschaften von Freiburg, Hoffenheim und Stuttgart nach ihrem Marktwert her auch in der 1. Liga spielen und wären damit sogar solide auf einem Mittelfeldplatz. Jedoch nehmen diese Vereine sehr viel Platz weg, weshalb diese keine Erwärmung finden. Schauen wir uns mal kurz die baden-württembergische Liga an. Vom Marktwert her würde der Meisterschaftskampf so zwischen Hoffenheim und den SC Freiburg stattfinden, obwohl der VfB Stuttgart auch mal reinstoßen könnte. Vereine wie der KSC, Heidenheim und Satthausend werden um die letzten internationalen Plätze kämpfen, Waldhof Mannheim-Mittelfeld und alles ab SSV Ulm über den Abstiegskampf rumdümpeln. Rechnen wir die Marktwerte zusammen, erhalten wir einen Gesamtmarktwert von 531,87 Millionen Euro und geteilt durch 10 Teams, erhalten wir einen durchschnittlichen Marktwert von 53,187 Millionen Euro und wäre im europäischen Vergleich auf Platz 9. Würde es die Bavü-Liga schon seit 1963 geben, dann wäre laut Falsche 9 diese hier die baden-württembergischen Meister der letzten Jahrzehnte. Amtierender Meister wäre demnach der SC Freiburg und Rekordmeister wäre der VfB Stuttgart mit 41 Titeln. Kommen wir jetzt zum Schmuckstück. Gucken wir uns jetzt mal die baden-württembergische Fußballnationalmannschaft an. Sagen wir mal, wir dürfen zum nächsten Länderspiel einen 24-Mann-Kader nominieren und in diesem Kader dürfen nur Spieler, die gebürtig aus der Region stammen. Eventuell Trainers Baden-Württemberg, die man nehmen könnte, wären Hans-Dieter Flick, Joachim Löw, Taifun Korkut, Christian Streich, Quasniok oder doch vielleicht Jürgen Klinsmann. Die Aufstellung, die wir hier verwenden, ist die 4-3-3-Formation. Im Tor hätten wir Odiseas, Flachodimos von Benfica Lissabon, die beiden Innenverteidiger sind Nico Schlotterbeck von Dortmund und Matthias Ginter von Freiburg. Als Linksverteidiger habe ich Christian Günther von Freiburg eingeplant und rechts Thilo Kehrer von West Ham United. Im Zentralen Mittelfeld habe ich Joshua Kimmich vom FC Bayern München und Hakan Chalanulu von AC Milan. Auf rechtsaußen habe ich Vincenzo Griefe von Freiburg und linksaußen Serge Gnabry vom FC Bayern München. Zu guter Letzt, vorne im Sturm, habe ich Timo Werner von RB Leipzig. Alternativen auf der Bank, die wir noch so hätten, wären Bernd Leno und Louris Karius als Torwartersatz, weiterer Ersatzfeldspieler auf der Bank wären noch Kevin Akpoguma, Kevin Schlotterbeck, Timo Baumgartel, Marvin Plattenhardt, Rani Kedira, Pascal Groß, Grisha Prömel, Robin Haag, Jonas Hofmann, Jose Lu und Davy Selke. Da Baden-Württemberg eine riesige Auswahl an klasse Spielern hat, müssen Ömer Toprak, Sebastian Rudi, Sven Ulreich, Yannick Haberer, Manuel Gulde und Florian Flick zu Hause bleiben. Die Baden-Württembergische Nationalmannschaft hat einen Gesamtmarktwert von insgesamt 467,8 Millionen Euro. Der durchschnittliche Marktwert liegt bei insgesamt 19,5 Millionen Euro und wäre im weltweiten Vergleich auf Platz 10 und im europäischen auf Platz 8. Kommen wir jetzt zur letzten Frage. Könnte Baden-Württemberg alleine eine Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaft veranstalten? Die Antwort ist hier ein klares Nein. Baden-Württemberg hat zwar die benötigte Fußballkultur und Stimmung, jedoch fehlt es ihnen ein vernünftiges Fußballstadion. Um ein Europa- oder weltweites Turnier ausrichten zu können, braucht es deutlich mehr Arenen über 35.000 bis 40.000 Plätze und in Baden-Württemberg existiert nur ein einziges Stadion mit solch einer Kapazität und das ist das Mercedes-Benz Arena mit 60,4.000 Plätze. Man kann auch zwei sagen, wenn man noch das Europa-Park-Stadion mit 34,7.000 Plätze dazu zählen möchte. Danach aber gibt es keine Stadion mit der benötigten Kapazität. Um eine WM oder EM ausrichten zu können, muss man einige Stadion vergrößern, sogar vielleicht welche neu errichten, um die Kriterien zu erfüllen. Wenn man vielleicht gemeinsam mit Frankreich oder Schweiz, Österreich oder Deutschland sich bewirbt, dann könnte es eine WM oder EM in Bavu geben, aber alleine wird Baden-Württemberg es schwer haben, ein großes Turnier zu veranstalten. Meine Einschätzungen und Erwartungen für den baden-württembergischen Fußball. In der Nationalen Liga Baden-Württembergs gibt es mit dem SC Freiburg, der TSG 1899 Hoffenheim und dem VfB Stuttgart zwei gute, bekannte und ordentliche Vereine, die vielleicht außerhalb der Liga performen können. Zwar denke ich nicht, dass diese drei Vereine große Stars an Land ziehen werden, jedoch glaube ich, dass die Bavu-Liga eine ordentliche Ausbildungsliga werden wird und attraktive große Talente. Dahinter sehe ich eher eine unterdurchschnittliche gute Qualität. Zwar ist der KSC, Waldhof Mannheim oder SSV Ulm schöne Namen, die man gerne mal wieder erstklassig sehen möchte, jedoch sind diese Klubs mit allem Respekt keine guten und herausragenden Mannschaften, wo ich sage, wow. Deshalb gebe ich Baden-Württemberg in der Kategorie Nationale Liga sechs von zehn möglichen Punkten. Internationaler Fußball. Internationaler schätze ich Baden-Württemberg ziemlich mittelmäßig ein. Ich glaube nicht, dass die Vereine in Bavu die Klasse haben, in der Champs League was zu reißen. Ich glaube eher, die UEFA Europa League wird deren Wettbewerb sein. Dort würde ich mir Freiburg und Hoffenheim gerne mal weiter als Viertelfinale vorstellen. Auch könnte ich mir vorstellen, dass man die Konferenz League auch mal gewinnen könnte. Ich gebe Baden-Württemberg in der Kategorie International fünf von zehn möglichen Punkten. Kommen wir jetzt zur Nationalmannschaft. Zum Gegensatz zur Liga denke ich, dass die Nationalmannschaft von Baden-Württemberg echt das Zeug hat. Ziemlich junger Kader mit einigen Weltklassenfußballern. Ich denke nicht, dass sie den Fußball komplett dominieren werden. Ich rechne mit einer regelmäßigen Teilnahme an Fußball Europa und oder Weltmeisterschaften, wo ich das Viertelfinale bei WM und das Halbfinale bei EM für gar nicht so unrealistisch halte. Ich gebe Baden-Württemberg in der Kategorie Nationalmannschaft 8,5 von zehn möglichen Punkten. Zu guter Letzt kommen wir zur Infrastruktur und das Ausrichten von Turnieren. Wie schon gesagt, er bat Baden-Württemberg zu wenige Stadien mit über 35.000 Plätze. Und um ein Fußballturnier ausrichten zu können, muss man mehr Stadien vergrößern, renovieren oder sogar neu bauen. Aktuell hat man also die Kapazität nicht, weshalb ich in der Kategorie Infrastruktur und das Ausrichten von Turnieren 3,5 von zehn möglichen Punkten gebe. Das ergibt eine Gesamtwertung von 23 von 40 möglichen Punkten und wäre mein Ranking von den Gedankenexperimenten, die ich bereits schon gemacht habe, auf Platz 3. Weiter in der Sowjetunion und knapp vor Katalonien. Jetzt seid ihr gefragt, wie stark würdet ihr den baden-württembergischen Fußball einschätzen? Schreibt eure Bewertungen gerne in Kommentare. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. In der Endcard seht ihr eine Playlist mit den anderen Gedankenexperimenten und direkt daneben eine Bundesliga-Prognose zur Saison 2022-2023. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.